Was sind die häufigsten Symptome von Magenverstimmung? Eine Magenverstimmung ist immer unangenehm und viele Menschen fürchten die Symptome. Zu den häufigsten Symptomen einer Magenverstimmung gehören Bauchschmerzen, Übelkeit, Aufstoßen und Völlegefühl. Eine Person, die eine Magenverstimmung hat, kann sich auch erbrechen. In einigen Fällen können die Symptome eines Magenverstimmungen nur jeweils einige Stunden anhalten. Leider erkranken manche Menschen jedoch an Krankheiten wie Lebensmittelvergiftung, die dazu führen, dass sie tagelang Magenbeschwerden haben. In anderen Fällen können chronische Magen-Darm-Beschwerden, wie Geschwüre, dazu führen, dass eine Person häufig Magenverstimmung bekommt. Eines der denkwürdigsten Symptome von Magenverstimmung ist auch eines der häufigsten. Dieses Symptom ist Übelkeit. In der Tat gehört Übelkeit zu den ersten Symptomen, die eine Person entwickelt, wenn sie eine Magenverstimmung hat. Übelkeit kann in einigen Fällen geringfügig und in anderen schwerwiegend sein. Manche Menschen bemerken sogar Übelkeitswellen, die kommen und gehen, wenn sie Magenverstimmung haben. Erbrechen gehört auch zu den häufigsten Symptomen. In einigen Fällen muss sich eine Person aufgrund einer Magenverstimmung nur ein- oder zweimal erbrechen, während andere sich während einer Episode mehrmals erbrechen. In der Tat kann eine Person in einigen schweren Fällen sogar mehrere Male über mehrere Tage erbrechen. Übelkeit und Erbrechen sind zwei Symptome, die häufig zusammen auftreten. Eine Person mit Magenverstimmung kann Übelkeit erleiden, ohne sich zu erbrechen. Bauchschmerzen und Krämpfe gehören auch zu den häufigsten Symptomen einer Magenverstimmung. Typischerweise ist der Magenverstimmung durch Schmerzen gekennzeichnet, die die Oberbauchregion betreffen. Dies bedeutet, dass der Schmerz, den eine Person mit einem Magenverstimmung verspürt, normalerweise über ihrem Nabel liegt. In einem solchen Fall können die Schmerzen und Krämpfe leicht bis schwer sein, die Intensität der Schmerzen können jedoch von der Ursache der Magenbeschwerden der betroffenen Person abhängen. Aufstoßen und Blähungen im Bauchraum gehören ebenfalls zu den häufigsten Symptomen einer Magenverstimmung. Das Aufstoßen kann dazu dienen, Beschwerden zu lindern, die durch Luftüberschuss im Magen verursacht werden. Wenn Luftüberschuss nicht die Ursache für das Unbehagen ist, kann das Aufstoßen jedoch keine echte Entlastung bieten, oder die Entlastung, die es bietet, ist möglicherweise nur vorübergehend. Das Aufblähen tritt häufig zusammen mit einem gestörten Magen auch auf. Überschüssiges Gas oder Flüssigkeit ist oft schuld, wenn eine Person zusammen mit einer Magenverstimmung Blähungen erfährt.